Normalerweise würden wir um die Zeit jetzt auf dem Bierbank sitzen und den Maibaum da auch schon stehen. Wie hat das gesagt? Ja, aber Hubert, hör zu. Einen Kran genommen können wir uns das selber auch tun. Also so einen eigenen Maibaum nur für uns zwei. Das ist nicht blöd. Sollen wir es anreißen? Das ist nicht blöd. Und dann? Ja, dann tun wir es ja so. Ja, genau. Mach's. Jawoll. So, gehen wir. Ja. Gut, das ist gut los. Ja, die dann. Ja, den da oben. Ja, tut. Ja, tut. Ja, der war perfekt. Der ist gerecht. Ja, der ist gerecht. Ja, der ist gerecht. Ja, der ist gerecht. Gut, noch mal. Jo. A Kran. Den hab ich eh vom letzten Jüngerlo, also vom meinem. A Kipfi. A Kipfi, ich glaube, ja mal auf. Ja, das werden wir mal auf. Jo. Ein wenig. Ein wenig mehr. Und gleich. Oh nein. Oh nein. Das scheint ja schon gut. Das schaut zu. So, jetzt kommt der Kranz rauf. Wollt ihr mal her da. Zack, fieseln. Das passt. Das schaut eh schon frei gut aus. So, ein Kipfel. Scheiße. Ah, Kipfel. Ja, den stecken wir da ein. Wollt. Wollt. Wollt du mal her. Wollt, das tauscht nicht. Wollt, mein Arsch. Ich hab das gar nicht. Ich muss hier ein paar Mal auf mich da. Ja, dann werden sie ein paar Fühle mal um mich. Das passt. Wollt ihr? Ach, zieh dich. Schwächer da. Schwächer da. Ich sag das, dass der noch viel schöner wird, wenn wir uns noch nicht sparen. Ja, passt. Nein. Nein, ich hab's recht. Ich hab's recht. Irgendein, ich hab's richtig richtig recht. Schau da nach. Jetzt mal stehen wir da ab. Meil, lieber. Meil. Also da. Den kannst du ein Dorfplatz stellen. Den schlagen wir gleich ein. Hat du wissen, dass ihn jeder sieht. Komm, wir haben wir. Aufpassen mit dem Tragen. Komm mal rein. Komm mal rein. Komm, wir haben ihn alle wieder stehen. Ja, da kann die Wegensteil rudzukommen. Komm, wir gehen. Komm. Lver mal, Lver mal. Komm, wir haben den raum. Komm, wir haben ihn. Komm, wir haben ihn. Komm, wir haben ihn alleine. Komm, wir haben ihn alleine. Was ist denn hier? Hau, wir haben ihn! Hier ist er noch. Ja, mam ich. Guck mal, wir haben ihn bei dir das ... Ja, ich bin eh schon ganz auf die Greis. Zufälliger wurde ich eingeschoben. Danke! Kurze Fuchte!